Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich bei Kira eine neue Frisur ausprobieren. Dieses Mal habe ich mich für eine Frisur entschieden, die wir den Blumenschnitt nennen. Eine besondere Schwierigkeit lag dadurch vor, dass ich dieses Mal Kiras Mähne geschnitten habe und nicht Tiffies. Bevor man mit dem Schneiden der Frisur beginnt, sollte man die Mähne erst einmal normal schneiden. Auch zum Basic-Schnitt haben wir bereits ein Video gemacht. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Beginnen sollte man mit dem weißen Teil auf der Seite, die einem besser liegt. Dann sollte man sich überlegen, wie breit jeder Bogen sein sollte. Ich habe mich für vier Finger entschieden. Die erste Seite ist dann recht simpel. Man hält immer wieder seine Finger an die Mähne, merkt sich, wo der Bogen beginnen und enden sollte und versucht dann, den Bogen möglichst gleichmäßig zu schneiden. Ich würde hierbei immer lieber erstmal ein bisschen weniger abschneiden als zu viel, bevor man es dann nicht mehr korrigieren kann. Zwischendurch kann man immer mal wieder zurückgehen und schauen, ob die Bogen gleichmäßig aussehen. Da Kiras Mähne leicht gekippt war, konnte man das in unserem Fall leider nicht so gut sehen. Sobald man mit der ersten Seite fertig ist, beginnt man mit der zweiten. Hier liegt die Schwierigkeit vor allem darin, die Bogen möglichst parallel zur ersten Seite zu schneiden. Um das gut machen zu können, sollte man die Mähne am besten immer wieder auseinanderhalten. Dabei sucht man den tiefsten Punkt des Bogens, der auf der anderen Seite ist und schneidet auf gleicher Höhe und auch möglichst genauso kurz die tiefste Stelle in die aktuelle Seite. Anschließend kann man von der einen kurzen Stelle zur anderen wieder einen gleichmäßigen Bogen schneiden. Diese Vorgehensweise wiederholt man die ganze Mähne entlang. Wenn man auch die zweite weiße Seite geschnitten hat, fängt man mit dem dunklen Teil der Mähne an. Man sollte diesen am besten von nur einer Seite ausschneiden. Hierbei orientiert man sich einfach am weißen Teil der Mähne und schneidet eine parallele Linie dazu mit ca. 1-2 cm Abstand. Zwischendurch sollte man aber trotzdem immer wieder auf die andere Seite gehen und Stellen, die nicht ideal aussehen, korrigieren. Am besten korrigiert man dabei am weißen Teil der Mähne. Leichte Korrekturen am dunklen Teil sind aber auf jeden Fall auch möglich. Wenn sich das Ansetzen der Schere etwas schwierig gestaltet, weil der vorherige Bogen im Weg ist, würde ich empfehlen, den zu schneidenden Teil zwischen zwei Fingern zu nehmen und ihn ein wenig herauszulösen. Wenn man erst dann mit der Schere ansetzt, wird es direkt viel einfacher. Sobald man dann auch mit dem dunklen Teil der Mähne fertig ist, kann man noch mit den letzten kleinen Korrekturen beginnen. Zum Beispiel kann man die einzelnen weißen Haare aus dem dunklen Teil herausschneiden. Anschließend ist der Schnitt auch schon fertig. Das war's. Die Frisur ist fertig. Ich finde, ich habe es ganz gut gemeistert, auch mal von einem anderen Pferd die Frisur zu schneiden. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst und auch fleißig Kommentare. Und ansonsten könnt ihr gerne unseren Kanal abonnieren. Und ich verabschiede mich mit einem Man blümt sich. Bis zum nächsten Mal.